Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden und ich zeige dir das neue Gratis Skin Bundle in Fortnite Season 3. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video geht es um 2 neue Gratis Skin Bundles in Fortnite Season 3. Wir haben zum einen nämlich ein neues Kors Charly Skin Paket, was wir uns bald schon gratis freischalten können. Ich zeige euch heute alle Informationen zu diesem neuen Skin Bundle in diesem Video. Und noch dazu haben wir ein Fall Guys Skin Bundle, was wir uns auch komplett gratis freischalten können. Bei diesem Bundle zeige ich euch einen kleinen Glitch, wie ihr das Bundle sofort gratis bekommen könnt. Das bedeutet, guckt euch das Video wirklich unbedingt bis zum Ende an, teilt das Video an eure Freunde, damit die diese Gratis Items nicht verpassen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und let's go! Außerdem habt ihr sogar nochmal die Chance, einen Skin oder ein anderes Item eurer Wahl aus dem Fortnite Item Shop von mir geschenkt zu bekommen. Und wenn ihr jetzt Bock habt, ein Geschenk zu bekommen, dann bitte ich euch, abonniert jetzt sofort diesen YouTube Kanal Official Junior. Das Ganze ist auf jeden Fall kostenlos aktiviert. Unbedingt die Glocke stellt die Glocke auf alle, um nichts mehr zu verpassen. Als nächstes sehr, sehr gerne mal ein Like auf das Video da lassen, falls euch diese ganze Aktion gefällt. Und das allerwichtigste, Freunde, schreibt jetzt sofort Hashtag Skin plus euren Epic Games Namen in die Kommentare. Und by the way, umso mehr Kommentare schreibt, umso höher ist die Chance, dass ich euren Kommentar sehe. So Freunde, wir beginnen jetzt direkt mit Gratis Skin Paket Nummer 1. Ich denke mal, ihr habt es alle mitbekommen. Es gibt ein neues, mega, mega krasses Skin Bundle mit Fall Guys und Fortnite. Bei diesem Skin Bundle könnt ihr diesen mega coolen Skin plus weitere Gratis Items freischalten. Aber die Aufträge sind wirklich sehr, sehr schwer, beziehungsweise eigentlich nicht schwer, sondern sehr, sehr zeitaufwendig. Und zwar muss man für dieses ganze Skin Bundle 100 Spiele Fall Guys zocken. Das heißt, 100 Runden Fall Guys zocken. Und ich denke mal, viele von euch haben einfach keinen Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt für euch einen kleinen Glitch, beziehungsweise einen kleinen Trick, wie ihr diese 100 Runden am allerschnellsten überwinden könnt und direkt das Skin Bundle gratis freischalten könnt. Und zwar müsst ihr euch dazu einfach erstmal Fall Guys runterladen. Ihr müsst die Accounts verbinden, ganz normal, egal wenn ihr jetzt auf der Playstation, auf PC oder wo auch immer spielt. Ihr könnt diese Aufträge überall abschließen. Danach müsst ihr 100 Runden zocken. Viele von euch wissen es vielleicht noch nicht. Ihr könnt diese 100 Runden ganz normal spielen. Oder ihr spielt einfach diese 100 Runden, geht in die Runde rein, lässt euch in der ersten Runde automatisch irgendwie verlieren, beziehungsweise ihr springt aus der Map raus, ihr bleibt einfach stehen oder so, damit ihr einfach rausfliegt. Und dann könnt ihr direkt ein neues Match suchen. Die Runde zählt dann, aber ganz, ganz wichtig, ihr dürft nicht einfach aufs Spiel verlassen klicken, beziehungsweise ihr dürft nicht, bevor die erste Runde vorbei ist, einfach das Spiel quitten, sonst wird die Runde nicht gezählt und ihr habt noch mehr Zeit verschwendet. Deswegen macht das auf jeden Fall so und so könnt euch dieses mega, mega coole Skin Bundle sehr, sehr schnell und gratis freischalten. Wir kommen jetzt direkt zu Gratis Skin Bundle Nummer 2, beziehungsweise zum angeblichen Gratis Skin Bundle Nummer 2. Hier behandelt es sich nämlich um das Charly Core Skin Bundle, beziehungsweise das Core Peely Skin Bundle. Ich blende euch das ganze Bundle einmal ganz kurz ein. Dieses neue Skin Bundle wurde gestern erst geleakt und es gibt jetzt wirklich schon eine Menge Content Creator, die posten, dass das Ganze auch ein komplettes Gratis Skin Bundle sein wird. Warum ist das der Fall? Und zwar sind neue Aufträge aufgetaucht. Das bedeutet, das ganze Bundle könnte wirklich in Fortnite reinkommen und wir müssen einfach Aufträge abschließen. Diese Aufträge für das ganze Bundle findet ihr dann hier in eurem Fortnite Aufträge Menü. Ob das Ganze so der Fall sein wird, kann ich euch aber leider jetzt nicht zu 100% bestätigen. Das Ganze wurde nämlich noch nicht von Epic Games selber bestätigt. Wie gesagt, es ist das neue Skin Bundle aufgetaucht. Ich habe euch die Bilder ja eingeblendet, es sind neue Aufträge aufgetaucht, aber es könnte natürlich auch sein, dass die Aufträge für irgendetwas anderes ist. Zum Beispiel, wir bekommen irgendwie wieder mal Gratis V-Bucks, was auch immer. Wir können irgendwie andere Gratis Items freischalten mit diesen Aufträgen oder es sind einfach neue Weekly Aufträge, Weekly Challenges, was auch immer. Und es könnte natürlich auch der Fall sein, dass dieses ganze Peely, beziehungsweise Charly Scan Bundle auch im Fortnite Items schon verfügbar sein wird. Nicht, dass man das Ganze mit V-Bucks kaufen kann, V-Bucks kaufen muss, was auch immer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem neuen Charly Skin Bundle sagt. Ich würde es auf jeden Fall mega, mega krass finden, wenn wir uns das ganze Paket gratis freischalten können. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, Dankeschön für den Support, haut rein, meine lieben Freunde und ciao.